Ein Tag in unserer Unterkunft, in Poola! Okay, let's go! Auf der zweiten Etage ist unser Pool. Wenn man die Treppen runterläuft, gelenkt man in die Außenküche. Direkt daneben kann man essen und die Hunde können flitzen. Dann geht es nach drinnen in die Küche, klein aber fein. Hier ist das Wohnzimmer, wir haben das Sofa abgedeckt. Dann gibt es ein grünes Schlafzimmer und ein blaues. Wie ihr seht, benutzen wir nur ein Schlafzimmer. Tschüss!